Wieder auf Eishockey umzubauen. Dafür ist die Halle zwar ausgelegt, aber muss nicht immer. Perfekt funktionieren. Pöpperle am Boden. Strafe angezeigt. Die Fanghans. Da haben sie ihn aus der Hand geschlagen. Und Piedersen. Und Benoit Graton. Möglicherweise in der letzten Aktion. Heu. Einfach ein guter Treffer. Mein lieber Mann. In der möglicherweise letzten Aktion für beide in diesem Spiel. Erstmal eine herzliche Umarmung. Und dann. Handschuhe weg. Beide sind am Spieldauer. Und beide bekommen eine Spieldauer. Der Hamburger. 27 Eichstern. Der Aufbaugegner. Trainingsgegner. Dennis Piedersen. Vorschlag von uns.